Alter, was? Oha, Freddy! Freddy Fazbear! Ohoho, was ist das denn? Einfach voll geiles Intro schon wieder. Hey Freunde, herzlich willkommen bei eurem YouTube-Hilfe, herzlich willkommen zu einem weiteren Friday-Night-Funkin-Video und willkommen zu einem Mod, auf den ich schon sehr, sehr lange warte. Ein Mod, den ich lange im Auge habe, wo ich schon, ah, sehr gehypt drauf war, wenn er endlich fertig ist. Das war Friday-Night-Funkin vs. FNAF 1, die komplette Woche. Alle Animatronics aus FNAF 1 sind in diesem Mod vertreten. Wir müssen gegen alle antreten und unseren Skill beweisen. Richtig, richtig cool, habe ich mega Bock drauf. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, lasst natürlich gerne mit jemandem einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Kostet euch natürlich nur einen Klick oder ein Tippen mit dem Finger, falls ihr auf dem Handy zuschaut. Aber bedeutet mir echt viel, deswegen schon mal vielen Dank im Voraus. Aber wir gehen jetzt mal direkt rein. Friday-Night-Funkin vs. Five Nights at Freddy's 1. Wir starten ein neues Game. Oh Leute. Wir haben schon mal eine Woche F, wo ich jetzt mal annehme, das ist eine Woche vs. Freddy. Wir haben Woche B, wo ich mal von ausgehen, dass es vs. Bonnie ist. Hier mit der Jojo-Reference, direkt hier im Bild. Direkt cool. Dann gegen Chica natürlich, Woche C. Dann haben wir noch Woche P, gegen den Pirate Fox, Pirate Foxy natürlich. Und dann haben wir hier unten noch The Happiest Day. Da steht nur Punkt, Punkt. Sieht aber so aus, als müssten wir gegen alle gleichzeitig und Golden Freddy antreten. Also brutal cool. Ihr seht schon, jede Woche hier hat drei Songs gegen die verschiedenen Animatronics. Das wird garantiert mega, mega nice. Ich muss mal schauen, wie viel ich immer in ein Video packe. Alles auf einmal wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass. Äh, deswegen starten wir jetzt erstmal mit Woche F vs. Freddy Fazbear auf Hard. Hier sind ja insgesamt zehn Songs, hier sind 13 Songs insgesamt in diesem Mod drin. Leute, das wird ultra, ultra cool. Wenn ihr das komplette Mod-Paket sehen wollt, wenn ihr jede Woche sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir starten jetzt rein gegen Freddy auf Hard. Let's go. Okay Leute, es geht los. Wir haben hier eine kleine Cutscene in der FNAF 1 Location. Ich nehme mal an, die Tür geht auf. Boyfriend kommt rein, natürlich. Grüß dich, moin. Na? Okay. Die Animatronics stehen da auf der Bühne. Girlfriend muss die ganze Musikanlage hinter sich herziehen. Let's go. Uh. Und das ist... Freddy Fazbear. Aktiviert und wach fordert er uns heraus. Ah, hier. Boyfriend, richtig scary. Er ist richtig scared, er hat richtig Angst. Piep, piep, piep. Yo, ist keine gute Idee, sich hier reinzuschleichen. Sagt, Girlfriend, ich hab's dir gesagt. Und Freddy sagt natürlich gar nichts. Der lacht nur und hat Bock auf Stress. Willkommen zu Freddy Fazbeer's Pizza. Ein magischer Ort für Kinder und Erwachsene. Wo Fantasy und Fun lebendig werden. Uhuhu, let's go. Okay Leute, es geht los. Versus Freddy Fazbear. Oh, da hinten kommt schon Foxy aus der Bühne. Aus seinem Vorhang. Okay, let's go. Äh. Oh, bis jetzt noch recht entspannt. Oh, wir sind dran. Okay. Bis jetzt noch recht entspannt. Aber der Art-Style ist cool, ne? Boyfriend sieht ganz anders aus. Ich glaub, wir hatten noch nie einen Mod, der so aussah, ne? Oh. Okay. Okay, let's go. Yes. Alter, was? Oha, Freddy. Freddy Fazbear. Ohoho, was ist das denn? Alter, ist das denn? Okay, der Mod ist turbo stark. Let's go. Wir sind dran. Ohoho, der ist ganz schön... Alter, das ist Song Nummer 1. Das ist ganz schön schnell schauen. Oh, die chill. Yes. Ohoho, hey, chill. Okay, okay. Ja, aber wir sind gut dabei. Alles easy. Wir haben zwar schon ein paar Misses, aber... Wir sind gut im Game. Aber ey, der Style gefällt mir richtig gut. Der Song auch richtig nice. Okay, nice. Wir haben schon mal den ersten Song gegen Freddy Fazbear erfolgreich überstanden. Sehr, sehr stark. Oh. Was ist denn? Ist der jetzt mad? Ist der jetzt sauer? Oh, guck mal, jetzt sind alle hier, was? Leute, chill. Warum, warum sind die jetzt so angry? Oh. Oh, da hinten ist auch Shadow Bonnie. Oder sieht das nur so aus? Neben Freddys Arm da? Jetzt gucken alle Animatronics zu. Freddy ist sauer. Oh, jetzt wird er wahrscheinlich eine Stufe hochschalten noch. Jetzt meint er es ernst wahrscheinlich. Okay, let's go. Bring it on. Yes. Jetzt sind wir dran. Hui. Okay, nice. Nice, ey. Was ist das schon wieder für ein cooler Beat? Nice. Richtig cool. Aber Hauptsache, alle Animatronics schauen uns jetzt zu. Alle sind aus ihren Bühnen rausgekommen. Und beobachten uns jetzt hier. Wie Freddy gegen uns fightet. Okay, okay, ey. Nicht so schnell, bitte. Nicht so schnell, ich bin alt. Haha. Es ist da wirklich eine schlechte Idee, sich in die Location reinzuschleichen. Hätte der Boyfriend mich auch fragen können, ich hätte ihm das auch sagen können. Das Lied kennen wir doch. Ey, den Beat kennen wir auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen vom Song. Yes, come on, Freddy. Let's go. Oh, ich bin dran. Huch. Ich wollte mich gerade am Ohr kratzen. Entspannung, bitte. Was soll das denn? Okay. Hey, nice. Der Endbeat, richtig cool. Let's go. Freddy auch auf Stufe 2 zerlegt. Easy. Aber Freddy ist noch nicht fertig mit uns. Schaltet, er schaltet noch eine Stufe höher. Schaut euch mal seine Augen an. Foxy kann's, Foxy kann's auch nicht was. Okay, er ist umgefallen. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. War das ein... Was ist jetzt? 3, 2, 1, go. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Hä? Ich hab noch den Cutscene-Screen. Ist das normal? Hier ist... Ich seh nichts. Ist das so korrekt? Aber ich glaub, hier ist was kaputt. Ah, okay. Wir haben verloren. Der Screen ist hängen geblieben. What the hell? Okay, ich hab den dritten Song in der Woche jetzt nochmal gestartet. Dann scheinbar müssen wir... Oh, scheinbar müssen wir gegen Golden Freddy ran. Ei, ei, ei. Oh, ja, da ist er. Grüß dich. Oh, eben ist es irgendwie hängen geblieben. Keine Ahnung. Okay, wir müssen versus Golden Freddy in der ersten Woche direkt... Ich dachte, der kommt erst später dazu. Aber der will es jetzt schon direkt wissen. Hey, okay. Kein Problem. Wir lassen uns doch von den Bären nicht veräppeln. Oha, nice. Let's go. Coole Stimme. Alright. Oh, ich dachte, wir sind wieder dran. Hey. Hey, aber die ist so... Oh, Freddy zieht uns Leben ab, sehe ich gerade. Warum? Oh, Alter. Ey, krasser Song. Der Song ist krass. Oh, alter Propeller. Okay, nice. Wir sind aber im Game. Oh, hab ich verdrückt. Hups. Boah, ich muss mich gerade übel konzentrieren. Manche Abschnitte sind echt übel. Oh, Freddy ist aufgestanden. Ey, Bro. Warum ist er so aggro? Als wenn Golden Fring einfach auf... Er schwebt. Das sehe ich gerade erst. Er schwebt. Oh, ich bin raus. Nein. Oh. Ich hab's am Ende nicht mehr gepackt. Alter Propeller. Was ist das für ein krasser Song? Er meint's aber auch richtig ernst, ne? Also, wir gehen jetzt nochmal rein, Leute. Versus Golden Freddy. Jetzt muss es ja... Muss ja wachbar sein im Second Try. Wir waren ja eben schon echt gut dabei. Ja, wir waren ja schon fast ganz am Ende. Da hat ja nicht mehr viel gefehlt, so. Alter, die Abschnitte sind so cool teilweise. Mit diesen schnellen Tönen. So stark. Okay, let's go. Wir lassen uns doch nicht von einem dicken Bären besiegen, oder? Aber der Song. Alter Propeller. Okay, let's go. Ey, der Song macht mir richtig Spaß, ne? Ich sag ganz ehrlich. Okay. Let's go. Eine Minute noch. 50 Sekunden sogar. Freddy steht auf. Oh, er zieht uns so viel Leben ab, Mann. Das ist so krass. Okay, noch einmal volle Concentration jetzt. Let's go. Oh, ist das peinlich. Ich sag volle Concentration. Ich verliere instant. Was war das denn? Oh, haben wir es durchgeschafft? Wir haben es durchgeschafft. Versus Golden Freddy und Versus Freddy Fast Beer. Puh, Gott sei Dank. Weil wir gerade eben den Bug hatten, hatte ich jetzt auch das Game hier aus dem Freeplay-Modus gestartet. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch eine Cutscene hinterher hätten. Äh, die haben wir dann jetzt natürlich nicht gesehen, falls es da eine gibt. Aber wie auch immer, wir haben auf jeden Fall die erste Woche durchgeschafft. Allerdings habe ich eben gegen Golden Freddy am Ende nur auf Normal gespielt. Nicht mehr auf Hard. Auf Hard habe ich es einfach nicht hinbekommen. Aber das war jetzt schon mal direkt die erste Woche, Leute. Versus Freddy Fast Beer in der ersten Woche direkt abgeschlossen. Dann haben wir jetzt natürlich noch Woche Bonnie. Die werden wir uns im nächsten Video angucken. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Das war es jetzt immer für dieses Video. Ihr könnt jetzt hier drüben noch irgendein Video aussuchen. Gerne hier oben ein Abo dalassen oder hier unten auf dem Roblox-Kanal vorbeischauen. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.